Ich bin furchtbar aufgeregt. Ich glaube nach der Mitternachtslage würde alles eskalieren einfach. Ich hätte es mir selber nicht gedacht, dass ich diese fünf Jahre schon aufkomme. Bis zur Mitternachtslage fahre ich mit zurück und dann sehe ich schwarz für mich. Ich bin schon lustig geworden heute. Mit dir einmal tanzen. Und dann mit dir tanzen. Und dann noch einmal tanzen. Ja, teilweise steinig, teilweise locker, teilweise lustig. Aber es ist immer schön an sich. Ich gehe jetzt mal in die Schule eigentlich. Was war die Frage? Gibt es irgendwas, wo du bedanken willst bei der Welt oder irgendwas? Ja, dankeschön. Sehr stressig. Sehr, sehr stressig. Stressig, aber voll schnell. Ich hoffe, dass ich die Materaten da zusammenreißen kann. Aber es wird schön hier auch. Folge 2. Das war's. Party. Ich meinst du strecken, aber ja. Also das muss ich mir erst überlegen. Aber ich glaube, wenn ich ein paar Bier trinken habe, geht das ein wenig besser. Also vor zwei Wochen noch mal aufbauen zu wollen. Und das ist eigentlich gut, vor der Frau gehen. Und dann noch ein paar Bier machen und so. Ich sitze die ganzen Lapparantinnen und Lapparantinnen und Lapparantinnen und Lapparantinnen. Und das kann mit Waps und Lapparantinnen und Lapparantinnen und Ehr Rod Williams vier spiele. Vielen Dank.